Herzlich willkommen zum Pressegespräch nach dem Spiel FC Viktoria, 1. FC Magdeburg entstand 0 zu 1, Halbzeit 0 zu 0, 951 Zuschauer, ich darf die Pressevertreter Ihnen so begrüßen, unseren Gästetrainer Jens Hertel und den Trainer des FC Viktoria, Mario Block. Jens Hertel, die ersten Worte nach dem Spiel gehen natürlich an den Gästetrainer oder vom Gästetrainer. Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden, hier drei Punkte aus Berlin mit nach Hause zu nehmen, bei schwierigen äußeren Bedingungen, Platz ist nicht in einem optimalen Zustand des Wetter, aber jeder, der heute hier dabei war, hat sich durch einen halben Arsch abgefroren. Von der Seite her war das nicht ganz einfach für die Jungs jetzt auch hier nochmal so eine Leistung abzurufen, ich denke, unterm Strich, wenn man das gesamte Spiel sieht, das ist auch ein verdienter Sieg von uns, weil wir, denke ich, schon die klaren Möglichkeiten hatten, wo wir auch insgesamt mehr Ballbesitz, mehr Situationen nach vorn kreiert haben. Trotzdem, klar, Viktoria auch immer gefährlich bei Umschaltsituationen, da haben sie auch ein paar Möglichkeiten von der Seite her. Wir sind froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, ob das dann mit 1-0, 3-0 oder sonst wie ist, da gibt es auch bloß drei Punkte von der Seite her. Wir halten unsere Serie und wollen jetzt den Schwung natürlich mitnehmen und übernächsten Dienstag dann in der Altenfürsterei da weitermachen, wo wir heute hier aufgehört haben. Danke. Vielen Dank, Herr Zartel und Mario Bock, erstes Handspiel, dein Fazit. Tag erstmal an alle. Also ich denke mal, dass wir heute mehr verdient hätten. Ich denke, wenn wir unentschieden wären, wir beide, also ich, aus meiner Sicht hätten wir mehr verdient, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, weil ich denke, dass wir auch wirklich klare Möglichkeiten haben. Natürlich hatte Magdeburg mehr Ballbesitz, aber wir konnten ja hier auch nicht Magdeburg in Grund und Boden rennen. Wir brauchen erstmal eine Grundordnung und ich glaube, das hat man gesehen und da bin ich sehr zufrieden, was die Jungs heute gemacht haben. Vom Einsatzwillen, leider hat es heute nicht gereicht, was mitzunehmen, aber wir haben ja nächste Woche eine neue Chance gegen Neustredels, da werden wir alles für tun. Einfach weitermachen, weitermachen, mit Wunsch an Magdeburg und gute Einladung. Vielen Dank, Herr Block. Ja, dann darf ich die Frage an die Pressefachstelle erstellen. Gibt es hier Fragen an die Trainer? Gibt es hier eine kurze, Herr Block. Die Maßnahmen mit Druck im defensiven Mittelfeld, würden Sie die als gelungen bezeichnen? So einmal als zielführend oder hat eine Frage gefehlt? Wie sehen Sie es? Die Frage geht an Mario Block bezüglich der Ausstellung von Sebastian Buke. Sie finden Sie die Mittelfeld. Ja, also, wenn man genau hingeguckt hat, habe ich mir dabei gedacht, dass, also das Spiel von Magdeburg ist ja alles Richtung Rengestellung. Da ist ja aus meiner Sicht fast jeder Ball lang. Am Anfang der Saison, wo ich Magdeburg gesehen habe, waren sie spielerisch für mich etwas stärker. Aber jetzt haben sie einfach eine Serie hingelegt mit ihrer Spielweise und die ist erfolgreich. Und da wollten wir einfach was dagegen unternehmen und da habe ich den Lensinger und den Hucke dorthin gestellt. Und unser Spiel war angelegt über die Ausstellung. Das haben wir erste Hälfte nicht ganz so gut gemacht. Die Jungs müssen natürlich auch erstmal sehen, dass es funktioniert, aber in der zweiten Hälfte, denke ich, war es deutlich besser. Und dann haben wir auch gewechselt zwischen Hucke auf der Sechs und im Sturm. Und ich denke, dass die Jungs das gut gelöst haben. Dankeschön. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich dir unserem Gast eine schöne Werbzeit, gute Heimweise erstmal und eine gute Rückrunde dann. Und allen Pressevertretern, vielen Dank für Ihr Erscheinen. Nächste Woche, 6.12 Uhr, da gegen die Tierskirche Strieditz. Alles Gute, schönen Sonntagselagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.